Die Autostrada A19 ist eine italienische Autobahn in Sizilien, die von Palermo nach Catania führt. Sie ist 191,6 Kilometer lang und vollständig mautfrei. Der erste Abschnitt der Autobahn zwischen Palermo und Buon Fornello wurde 1970 eröffnet. Der Rest der Strecke zwischen Buon Fornello und Catania wurde 1975 für den Verkehr freigegeben. Dieser Streckenabschnitt ist auch unter den Europastraßen E90 und E932 klassifiziert. Verwaltet wird die Autobahn von der ANAS. Die Autobahn hat Anschluss zur A20 und zur A18. Außerdem hat die A19 eine Zweigstrecke, die A19-D genannt wird. Teilsperrung 2015 Durch einen Erdrutsch am 10. April 2015 wurden tragende Betonpfeiler beschädigt und die Fahrbahn Richtung Palermo sackte um mehrere Zentimeter ein. Daraufhin musste die A19 zwischen Ausfahrt Trimon Zilli und Scalato vollständig gesperrt werden. Die Fahrzeuge wurden auf die SS-120 und SS-643 umgeleitet, was ein Zeitverlust von ca. eine Stunde hervorbrachte. Am 16. November wurde eine 1,5 Kilometer lange Zubringerstraße eröffnet. Der Zeitverlust beträgt seit diesem Tag ca. 10 Minuten. Besonderheit Die Anschlussstelle Henna und Carl Zanissetta sind aufgrund der geografischen Gegebenheit als Viadukt ausgeführt. Dieser gilt als der längste in Sizilien.